Können wir noch mal den Text wegnehmen, bei allen Fällen, was ist denn? Ja, aber wir können ja das Fotografier nochmal stellen. Bitte. Nimm dein Lied auf. Moment, darf ich beschuldigen? Ja, aber wir können doch zum Beispiel gemeinsam sein. Nein, das wäre aber hierarchiegemässig nicht richtig. Warum? Du bist der erste Beauftragte zum Kulturaufschlag. Na gut, okay. Jetzt müssen wir weitergehen. Aufnahme jetzt. Oh, die Kamera. Oh, verzeihend, ich trete zurück. Ah, dann geht's sofort los, ne? Sofort singen ich. Die Kamera ist hier unten. Ach so, da. Dann sing ich mal. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt Und er hat sein helles Licht bei der Nacht Und er hat sein helles Licht bei der Nacht Schon angezündet Schon angezündet Ja, liebe Kulturfreunde draußen im World Wide Web Ich begrüße Sie alle ganz herzlich aus Mahl zur Eröffnung der Local Heroes Woche im Kulturhauptstadtjahr 2010 Ich lade Sie herzlich ein Besuchen Sie unsere Stadt Besuchen Sie unsere Angebote in dieser Zeit Spannende Veranstaltungen Warten auf Sie 22 eigentlich schon an in dieser Woche Vom Theater angefangen über Kunstprojekte Gesang, Musik, Tanz Vieles ist dabei Kommen Sie einfach zu uns Schauen Sie es an Wenn Sie in dieser Woche keine Zeit finden Im Kulturhauptstadtjahr gibt es 17 weitere spannende Veranstaltungen in unserer Stadt Ein Kommen ist immer herzlich erwünscht Und nehmen Sie teil Seien Sie dabei Und besuchen Sie die kulturelle Perle des nördlichen Ruhrgebiets in unserer Stadt Mahl Herzlichen Dank und Tschüss Glück auch Stopp, speichern Achso, ich hätte die Gelegenheit, das nochmal zu löschen Man kann nochmal singen Du hast das jetzt nicht aufgezeichnet, oder? Nein Das speichert immer noch Jetzt guckst du es nochmal selbst an Also das Mikro ist super gekommen Deutschland sucht den super stark Ja genau Man muss nochmal singen wahrscheinlich Und dann machen Sie sich dann noch an die Singsäule fassen würden Und zwar ans Mikro mit der Einheit Sekunde, ich wollte die Kollegin zuerst noch machen Und dann mal hier, ja, fassen Sie ruhig dran und hier in die Kamera strahlen Entschuldigung Bisschen näher rangehen Ja Super Das halten Sie mir mal einfach so in die Tür Jetzt müsstest du gleich auch speichern Ne, Sekunde Aber das ist die Gans weg Ne, ich speichere sie nicht, das ist nicht der Grund Noch mal singen Ja, sonst ist es leicht, aber ganz Ne, so jetzt könnte ich mal hier drücken, meinetwegen Jetzt drücken Mein Name ist Ah ja, jetzt muss ich ja Dein Name muss ich nie aus Auf Platz Name des Liedes Viele sagen Steigerlied, andere sagen Glück auf, also ich kenne es unter Steigerlied Ja, es gibt auch eine Saalfassung E-Mail-Adresse einfach etwas angeben Du kannst aber auch statt Mal Äh, äh, dein Name, also die richtige Adresse haben Ne, besser nicht Wie lautet denn die der Pressestelle? Ähm Na, wir haben ja keinen, wir haben webmaster-at-mal.de Drehen Sie sich doch nochmal jetzt so, halten Sie mal die Hand da so hin Bevor Sie das alles komplett absprechern Und nochmal hierzu in die Kamera gucken, bitte Ich möchte auch noch Moment, ich möchte auch noch einmal gucken Ich habe es noch ein bisschen gerade halten Ja, warte mal Bisschen singen Oh, denke ich, Sie wollen hier Die Woche Die Woche Die Woche Die Woche Man kann auch im Internet angucken, was da auch Die Presse können wir Ihnen geben Ja Das steht da Das steht hier auch hier in der Beschreibung An meine Freunde versteht es nicht Ich muss wahrscheinlich Na, klar Wie heißt deine Fraktion? Nö, nö, nö Nur wenn du nochmal singst So